Heinz Fromm, der scheidende Präsident des Bundesverfassungsschutzes im NSU-Untersuchungsausschuss. Der Noch-Chef soll aufklären, warum in seiner Behörde am 11. November 2011 mutmaßlich wichtige Akten zu V-Leuten in der Thüringer Neonazi-Szene geschreddert wurden. Fromm sagt vor dem Ausschuss, die Aktenvernichtung habe dem Bundesamt einen schwerwiegenden Ansehensverlust zugeführt. Konkretes über die Hintergründe der Aktenvernichtung hatte auch die Befragung des verantwortlichen Mitarbeiters am Morgen nicht gebracht. Nur die Methoden im Umgang mit Akten wurden deutlich. Sie ähneln Chaos und Willkür. Es folgte eher dem Prinzip Zuruf und Zufall, wie hier Akten gelöscht und vernichtet worden sind. Das Ganze hat für mich eher den Eindruck einer Lotterie, 6 aus 49. So müssen wir es sehen. Manche Akten werden gelöscht, andere bleiben 15 Jahre liegen. Deshalb ist da dringend nochmal Aufklärungsbedarf geboten. Fromms Aussage in der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses vor der Sommerpause war mit Spannung erwartet worden. Gerade weil der zuständige Referatsleiter am Morgen im konkreten Fall die Aussage verweigert hatte. Die Obleute können dennoch nur spekulieren. Ich halte es durchaus für möglich, dass in diesen Akten die Zwickauer 3 auch auftauchen, sogar für wahrscheinlich. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, warum wurden sie denn dann gestrettert? Dann kann man sich immer noch peinliche Details vorstellen, aber man wird es möglicherweise nicht ergründen können, denn was weg ist, ist weg. Die Aktion des verantwortlichen Beamten könne er nicht nachvollziehen, so Fromm. Er habe keine überzeugende Erklärung anzubieten. Der Noch-Präsident wird am 31. Juli auf eigenen Wunsch vorzeitig in den Ruhestand wechseln. Etliche Fragen bleiben auch nach dieser Personalentscheidung offen. Vielen Dank.